Wir begrüßen Sie zu diesem Spiel, das heute in der Commerzbank Arena stattfinden wird. Willkommen! Mein Name ist Wolf Fuss. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Wir freuen uns am heutigen Tage auf ein Division. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf! Schuss von Reus! Und den Ball hält der Torhüter fest. Sie verlieren den Ball. Verdi. Tonic Groß ist am Ball. Timo Werner, da kommt der Pass. Jetzt Marco Reus. Den Ball hat er, ganz souverän. Oesele. Mit Marco Reus haben Sie einen unglaublich torgefährlichen Mittelfeldspieler in Ihren Reihen. Kein Wunder, der Nationalspieler ist sehr, sehr schnell, verfügt über eine tolle Ballbehandlung. Super Pass von Groß. Timo Werner. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse! Wadi. Wadi. Wadi, klasse, Steinpass. Oh ja, da hat sich viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller, das war richtig gefährlich. Toni Kroos. Werner. Jetzt müssen Sie aufpassen. Reus, was macht er draus? Reus macht ihn! Nein! Knapp vorbei. Domagoj wieder, Tanguy Ndombele, Vardy, Pukki, schöne Aktion, Jamie Vardy, das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Werner, ist hier immer noch am Ball, groß, macht das Tor, Reus kann das 1-0 machen, aber er scheitert, das sorgt hier im Stadion für ungläubiges Staunen, ja auch wir hier oben können das ja kaum glauben, Wolf, also normal macht er den. Saha, Toni Kroos, ja könnte was werden, Balleroberung, ja da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis, Steilpass kommt von Reus, da ist das Tor, und dieses Tor nach diesem perfekten Vorchecking, ach da haben sie die Räume ganz ganz eng gemacht, fast schon zwangsläufig der Fehler. Und damit haben wir den ersten Treffer, jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gut verteidigt hier. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse Pass! Werner. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Vardy, klasse, Steilpass, gefährlich. Hucki, Wahnsinn, er hält ihn. Keine gute Aktion, schlecht, Vardy, voller Einsatz, Schuss geblockt. Gnabry, der Ballverlust, das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Freistoß schon ausgeführt. Reus. Vorne jetzt die Balleroberung. Toni Kroos. Kann er was draus machen? Er kommt noch an den Ball. Kroos mit der Eingabe. Er schießt, nicht das Tor. Ja, der muss sitzen, da knallt ja das Ding ans Aluminium. Pass auf die Außenbahn. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Und das ist der Ballverlust. Reus. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Özil. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. So, aha. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Tolle Parade. Ein schwacher Ball. Der Learley. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Und noch ein Eckstoß. Das Degen hält. Ball ist noch im Spiel. Niko Schulz. Da verlieren sie den Ball. Guter Vorstoß jetzt. Da kommt der Pass. Aufgepasst von Ter Stegen. Sehr gut gehalten. Özil führt aus. Sie können nicht klären, sind weiter in Bedrängnis. Ja, könnte was werden. Sauber gelöst. Er holt sich den Ball. Da wäre Platz für den Konter. Steilpass kommt von Reus. Serge Gnabry. Leroy Sané. Groß. Timo Werner. Jetzt ist es gefährlich. Toni Groß. Timo Werner. Sané. Und die Balleroberung. Wichtig. Pukki. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sané. Gute Aktion jetzt. Timo Werner. Spiel zurück zu Reus. Da zieht er ab. Das Tor sagt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was... Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Weg ist der Ball. Gnabry. Abwehr steht gut. Steilpass kommt nicht an. Werner. Klasse Aktion. Ball ist weg. Timo Werner. Und jetzt die Schoß. Der Pass. Stark gemacht. Und dann die Schoß. Nie. Oder kam. B rhythm ist weg. Eingang. Der Pass.